Ich bin schon bei doppelten Otz hier, bei dem kleinen Kristallanen. Ich hab schon nach drei Minuten meistens acht bis zehn gehabt. Ah! Oh, man muss sich nur beschweren! Ja! Ja! Oh, es ist blau! Oh mein Gott! Ich hab mich immer gefragt, ist es wirklich so blau? Horrorblick. Es hat ein Ende. Ich kann Kristallen nun endlich komplett weglegen. Bäm! Der Ball ist sogar blau beim Shiny. Geil!